Einmal hin, einer muss ja ein bisschen was weibliches, weibliche Attitüde in die Gruppe bringen. Ja, Enrico ist der Ausgleich für den Männer- und Frauenanteil der Gruppe. Richtig. Enrico ist die einzige Frau in der Kuh. Schliebe. Ach, ich liebe es, wenn man neue Leute poppen kann. Neu, seit vier Wochen dabei. Helfi, ich dachte, du magst es, wenn man neue Leute poppen kann. What the fuck? Äh, nein. In neue Teilnehmer wird nichts reingesteckt. Achso, auch keine Erfahrung, kein Geld, keine Zeit. Kein Geld, das ist nicht mein Part. Kann ich. Du, du, äh, von meiner Seite, du steckst doch immer bestimmte Geld in irgendwelche Teile. Unter Slips und, naja, da fällt es unkommentiert. Das Video wird ab 18 freigeschaltet. Das Video wird auch gemein ab 18 freigeschaltet, weil es geht ja alt. Wie gesagt, mein Kanal ist allgemein ab 18. Deiner. Meiner nicht, aber bei mir ist ja alles mögliche drauf, aber bei bestimmten Projekten wie jetzt hier zum Beispiel ist es ab 18. Ja. Weil du kannst ja Frank Steinen Kanal, dass da allgemein die Videos ab 18 hochgeladen werden. Ja. Boah, mal da so eine komische Kette tragen, ganz ehrlich. Was ist der? Ich will gar nicht wissen, was du für Dinge hast mit irgendwelchen Ketten dran. Äh? Ich hab keine Ketten. Ich komme wieder in Frieden. Aber, äh, vielleicht kann ich deinen Onkel und dir helfen mit ein bisschen mehr Dignität. Und mehr. Ich werde ihm aufhören, plus 20%. Und eine quicksale und eine gute Beziehung. Aber, du musst mir helfen. Hilfe? Kötze meinen Onkel. Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, was ich habe gemacht. Und, 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 und. Warum müssen wir eigentlich immer die ganze Drecksarbeit machen von irgendwelchen Leuten? Wofür sind wir da? Oh? Ich möchte schon. Wenn nicht, mein Onkel will attack you again. Kill you or destroy this place and buy it for peanuts. I'm sorry. I know it's not a great way to do business. No kidding, it's not a great way to do business. It's all I got. My Onkel is in the Winter Blank Ranch. Okay. Well, think about it. They'll think about it. Now, get out of here. Yeah, get out of here. Gentlemen? Madam? Excuse me. What do you think? I can not do such a thing. But maybe you can. For a lot of money. For a lot of money. For a lot of money. Mhm. Nice cold baby! Nice cold baby! Nice cold baby! Er hat dich gerufen. Alles hat seinen Preis. Weil wir hüpfen die eigentlich immer rum wie so kleine Kanäcke. Keine Ahnung. Wir haben das Ritalin nicht bekommen heute Morgen oder so. Keine Ahnung. So. Okay. Ich hänge im Ladebett schon. Wir alle. Toll. Ich hänge immer. An der Wand. Schade. Ich dachte, es hat den Polizeiwagen übernommen. Warum sollte er so ein Auto übernehmen, was dir nicht gehört? Echt gehört es mir, ja. Schwierig. Wieder Enrico alleine, nacken wir uns jetzt. Ja, immer dieser Leidengänger hier. Guck auf den Fügel. Läuft. Richtig. Warte mal. 1.000 Übersetzer auftragen. Für sie sind real, wenn die Duggins 550 DN$ gehen. Läuft nach der Bartel und holt ihn weg, wo massacre man ihn segne. Es gibt a die Be Key zuiden. Also dem visоре f bahinen begann. Das Geld ist bereit und. As stars ist es beginnt. Und ìle mette ihn, dass DO para me ergeben wird. Du gehst zuerst ein Ranch. Zum Ranch Dressing. Also das heißt French Dressing? doch rein stressig aber gut ist aber auch komisch wie viele leute hier wohnen marazzo wohnt hier der der onkel wohnt hier links läuft was haltet war der typisch gerade links ja dafür snipen ja ich war noch ein bisschen kannst du snipen ich weiß gar nicht ob wir unentdeckt bleiben müssen hat das jetzt nein 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 glaube ich zumindest nicht weil da überall lichtkegel nicht die richten sich gegen das ist ja ja das ist normal aber ich weiß es hatten das ist genau das grund deswegen ich hatte mir sowas ich wollte es gerade anmerken da war irgendwas mit der unterstützung auch ein helikon ich bin auch schon dran und wir müssen jetzt wieder abgetaucht noch einer die krabaden da muss noch weiter hier jetzt ist er tot sehr gut doch ein heli irgendwo 22 ok ich sehe nur ein auf der karte da warum kommt denn die rakete nie zu denen an zwei heli beide beide helis weg wo gott sei gestattet gut das geschützt alleine wir haben noch nie die casino missionen nein aber diese menschen es gab doch auch eine mission die wir am anfang mal mit zwei wendings gespielt habe ich aber auch die menschen muss deswegen habe ich doch eben so ironisch gesagt weil ja alles schon wohnt auf der range der der matratze wohnen hier jetzt und der onkel hier alle wurden sie hier über den zaun ok so wir wollen ja auch ja rechts von euch ja war der heli kommt what the fuck dann ja sind aber nicht wo der typ steht ich stehe drei leute rum und wenn da schießt er mich viel geld oh ja level 208 doch 18 level damit 300 und die wird alles herrlicher spielt nur so nebenbei gibt ja immer mal wieder leute die auch gerne aber gerade bei hohen level immer sagen natürlich habe ich nichts mit zu tun aber gut wenn die die realistische hochlevel hast du 8 900 und keine ahnung was und 1000 irgendwas ist ein bisschen sehr krass so aha sie ist ja oben steht nämlich schaltet die lautlos aus und die verhindern dass verstärkung gerufen wird deswegen habe ich schon versucht zu snippen das ist nippen zwei sind schon mal weg ja noch einer weg vielleicht hat ein auto auf uns zu bis die sicherheitskamera ja ja naja aber wenn die halt für der kamera stehen bleiben willst du die dann auch egal oh scheiße mensch da steht recht vor deiner nase meine güte weiter herz der heli down blä 2 der heli down twitter hatte ich gerade eigentlich der heli Nee, nicht der Heli. Warte, Moment, wo es geflogiert ist, bist du runter. Boah, der geht nicht mehr auf den Sack gerade. Nächster Heli down. Jawohl. So. Jetzt mal die Scheiße da weg. Das waren unsere Autos. Ja, ich dachte, es wäre das andere. Warte, ums. Na ja, wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwie so eine ähnliche Emission gemacht. Also ich erinnere mich an die Anfänger, aber es kann auch andere gewesen sein, ja. Und das waren vielleicht sogar die, wo wir dann irgendwie zufällig reingerutscht sind. Kannst du, Perry? Ja, wie gesagt, ich weiß, dass wir so eine ähnliche Emissionen... Den Autos habe ich eigentlich zerstört. Meins. Entschuldigung. So. Jetzt erstmal die Scheiß-Kameras wegmachen, wenn es möglich ist. Hat jemand von euch die zwei, die vorne noch stehen, Markus, die du, glaube ich, eben geholt hattest? Das mache ich schon. Machst du die beide? Okay. Ja, habe ich. Aber die Kamera muss nur noch nicht machen. Wahnsinn, ich mache sie. Ja, ich sehe. Habe ich. Ja, habe ich. Ja, ja. Ich habe drei schon mal weg. Kameras oder Typen? Nee, Typen. Okay. Ja, ich habe jetzt auch gerade noch einen mitgenommen. Aber hier hängt noch irgendwo eine Kamera, die ich gerade nicht sehe. Doch, ich sehe sie. So. Braucht die Kamera nochmal weg? Ja. Eine ist noch irgendwo. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass Kamerad eine Leiche entdeckt. Ja, damit hat sich erledigt. Boah, diese eigene Kamera. Ja, das ist halt hier super, dass wir genau in dem Moment nochmal... Wenn sich wieder jemand den Heli kümmert. Ja. So ist. Nummer 1, ist weg. Nummer 2, ist weg. Ich bin sehr abseits, aber ich kümmere mich einfach um alles, was fliegen kann. Sehr gut. Ah, da komme ich doch am Arsch. Warum kommt die denn aus mir? Danke für den Heli. Kleine Problem. Nur nämlich kriegt natürlich auch sehr viel jetzt hier ab, weil die jetzt alle... Ich bin ein bisschen rausgerutscht, äh, rausgegangen ist der Gruppe. Äh, das sind natürlich jetzt alle auf mich gehen. Scheiße. Ich habe jetzt schon keine Teamleben mehr. Ja, das ist es halt, ne? Ach, ich gebe mich doch am Arsch. Heute kommt noch nie alle, oder? Danke für die Nummer. Und weg. Das war's. Ich bin aus dem gepanzerten Auto gesnipert worden. Wuh, lol. Scheiße, Rakete, die einfach nur 10 Schuss hat, ey. Ich hab' 15 Kills. Krass. Ja, leider sind die Kills... Gut, du hast die Helis weggeholt, das sind, glaube ich, immer 23 bis 24 Leute drin. 2. 30. 3. 3. 3. Ja, Pilot und die 2 an der Seite, ja. Dann sind es 3 Pro. Und es gab 3 Helis geholt, oder? Es kommt schon zusammen. 4. 4 Helis, oder? 4 und 2 gepanzerte Wagen. Ja, das ist halt genau das. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, erst mal die Kameras wegzuholen. Weil, wenn die... Weil, das war doch nicht genau das Problem, jetzt gerade, dass die... Die Leiche entdeckt hat. Scheiße. Ja. Ja. Ja, äh, schon entdeckt. Ja, die... Ja, weil, weil, äh, weil, äh, äh, Dings, du hast keinen Schalldämpfer auf deinem Schaflitz und wir, glaube ich. Nee, die hat... Ich hab' nicht mehr geschossen. Doch, allein. Ich hab' nur entscheiden... Ja, doch, die ohne Schalldämpfer geschossen. Nee, die haben gemerkt, wahrscheinlich ist die Kamera runtergefallen ist, der mir hinter den... Naja, geht's mal los. Ja, ja... Ansonsten beenden wir danach mal, dann stellen wir es halt auch leicht. Du hast die auch schwer stehen. Nee, auf normal. Okay. Ich hab' die ganzen Kabinemissionen auf normal stehen gelassen. Helifeld. Zweiter Helifeld. Das war aber noch ein Heli. Hm. Ich such' gerade. Zehn. Ich schieße. Auto down. Bist jetzt fein. So. Hier bewegt er die ersten Gewasser, das ist ein Auto. Oder zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Ich weiss, die Hälfte. Aber ... Wo auch immer der jetzt herkommt. Ja, sie vorbeien. Fuck. Die Raketen? Der war vorne noch nicht da. Der heli, der er gepackert hat. Der heli, der hat hat er wieder grundsätzliche, doch... Der war voll schon. Der hat ja den anderen Raketen. Der hat ja den habe ich aber voll schon geholt, der war schon da vorher. habe ich vorhin mal ausgeschaltet gehabt krasse mission muss man sagen dass auch normal so jetzt mal nicht aber so ähnlich wie bei der mission zum beispiel mit dem auto das auto da verfolgen muss den sportwagen die haben ja dann auch im zweiten versuch dann noch leicht gespielt oder was ist im zweiten und im zweiten teil auf leicht gespielt da ist gut so